Ja, na gut, das ist doch dann eigentlich noch eine gute Zeit. Okay. Zum Wachbleiben. Eigentlich. So. Gut. Ich jetzt auch. Schau mal. Da hast du drin. Irgendwann nochmal Firebug spielen, Helios-Reifel und dann geht das schon. Schmeiß her. Anyone need this? Here we go. The mission is underway. Lock and load. Watch my back. Reloading. Watch my back. Reloading. Stay alert. I hurt you. Keep focus. All right, that's easy. I don't know. You don't know. I don't know. Ich kann dir gerne noch ein bisschen was geben. Nein, ich hole mal die DM4. Okay. Mach du nur, wie du glaubst. Ich hole die DM4. Ja, du kannst dich dann noch auffüllen. Ähm, ähm... Ja, wenn es schon so weit ist. Ja, gut. Oder musst du es aufheben? Ich würde mir das für Ende der Runde aufheben, wenn das bei dir reicht. Ich habe genug Munition, um die Welle zu machen mit DM4 alleine, aber ich verwende halt die SG für Dorspannen einfach. Denn ich würde jetzt danach die, äh... Entweder die 500er oder die Scar dann gleich holen. Und dann erst grabbeln. Meist mal eine Runde AR und, äh, gucken wir mal, wie weit. Können wir zum Hügel oder nicht? Nee. Dadurch, dass ich keine richtige Waffe habe, ist das doof. Fine. Beware! Hidden Demons! You got anything else to say? Save your energy! You waste time! Ich muss erst mal hier flach oben drauf. Das wir den. Unter Plan. Links ist noch einer Zyste. Das war's für heute. Let the area get breached. I need to go. I need to go. I need to go. Watch my back! Reload! It's on the streamer! It's unclocked! Bye bye, scumbag! Reloading! Crawlers von vorne, zwei Stück! Oh shit! Sorry, ich wollte da nicht wegklicken. Ja, ja, nee, das passt schon. Der war zu dicht. Ja, eben deswegen. Traitor. Ja. 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 Passt. Fühlst du mir die HEZten rauf? Das reicht. Das reicht. Das geht. Okay. Ich hab auch jetzt hier noch die... Ah, okay. Ja, passt. Ja. Ja, dann scheiß drauf, geh mal. Warte! Dann kauf ich noch schnell Muni. Geh da, weil ich komm gleich. Passt. Ja. Ja, ist genug Muni. Und ich bin frei. Frei fallen. Frei fallen. Ich muss dann unbedingt noch ein bisschen Musik da rein. Ja, ich... Komm auch noch gar nicht so richtig klar heute früh. Vorne, vorne, vorne. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist ja... Warte. Warte, in 10 m. zu sehen, wir sind schon mal. Warte, in 10 m. zu sehen, wir sind schon mal. Das ist ja so zu viel. Oh, der Eda gibt noch ein paar. Flashe oder Quota? Flashe oder Quota? Flashe. Okay. Die Granaten waren Käse, der hat noch die Hälfte. Dafür rammelt er die ganzen Sets weg. Jawoll. Die Fall war Kaffee. Geht, ja? Ja, entlang. 14 Hilfst du? Ja ja, ich bin zumal kein Problem Ich hab nur gedacht, wenn ich schon setze, dann versuche ich ihn gleich ein bissel an zu knödeln, weißt du? Weil ich wohl leider sehr dreckig gewischt. Ja, das ist ein Spaziergel. Links Muni. Jo, ich schnapp euch mal. Amunition hier! Amunition hier. Pass auf, wir tauschen aus und dann grebble ich nochmal bei dir. Brauchst aber nicht. 6, 6, 6 kann ich tragen. Hol doch lieber deine Zeitwaffe. Das hört sich eigentlich aus. Ich will aber jetzt grebbeln. Das heißt, gib mal deine HZ her. Oder einem 4, 5... Da hat's ja etwas sinnvoller. 6 kann ich tragen. So, ich fülle Granaten nämlich auf und dann ist es nämlich auch richtig. So. Da kommt er dann irgendwann mal, ich weiß ja nichts. Ach so, der Vogel. Jawoll. Ich bin schon losgegangen, ja? Ah ja. Und habt ihr die letzten Tage noch ein bisschen gedaddelt? Na, seitdem wir gemeinsam zockt haben, gestern war Flaute. Und heute war ich auch alleine. Da habe ich halt zu Anfang Hell & Erf Solo zum Spielen, die zwei Maps. Weil wir Shopping Spree und Monster Ball in die Liga schießen. Wir kommen heute einfach alleine gemacht jetzt. Monster Ball ist ja noch einer der einfachsten. Finde ich. Ja, sie ist auch uangenehm. Das Shopping Spree finde ich da eher nicht so prickelnd. Weil das so ein Chaos ist. Du kannst nirgendwo stehen, kannst nirgendwo laufen. Ich muss ehrlich sagen, die habe ich ganz entspannt alleine gemacht. War überhaupt kein Thema. Einmal probiert mit einem Russen-Beserker. Der war natürlich, wie sollte es anders sein, relativ nutzlos. Was? Ähm. Uh. Nichts. Okay, macht Glück. Ich ladere mal nach. Flashpawne. Da ist ein Coupé. Okay, ja, ich sehe. Flashpawne kommt. Warten nach. Fangen an. Ich fangen ab. Haben ihn ab, fangen. Die ist weg. Achtung, Quarter 2. Einer tot. Ah, ich bin ihn da nicht gepoppt. Es müssen noch 3 Scrails kommen. Ich zeig, das sind die Klein-Team noch. Ah, ich werde ihn aus! Ah, ich werde ihn erst mitbekommen. Die Gehälte. Dieauen Prozenieste. Wenn ich zwar einfach nicht, solltest zu wollen.... Moon Ziele! Das ist eine Eda schon wieder Ich muss nur nachladen Jeder Ich bin gerade der Kamera kurz auf Boah, ich hab gefehlt Das Zocker Ich muss kurz nachladen, ich muss kurz nachladen. Passpunkt voll. Die Schmerzen aus die Schmerzen aus der Seite. Was ist da los? Die Schmerzen aus dem Tempulos zu sketchen. Hast du den Schmerzen? Die Schmerzen aus der Veriliyor. Tja, schön. Du bleibst ja sicherlich so, wa? Was meinst du? Vom Perk her. Ja. Warum? Bleib nämlich auch so. Ich hab alles, wenn du noch Upgrades brauchst. Nur 9mm. Ansonsten war's das. Mich sich lohnt das doch. Ja richtig. Viel zu lernen du noch hast. Mich sich lohnt das doch. Weil dich so, hä? Was? Was? Hallo, Leute. Vielen Dank. Ja, schön. Genau rein gejointed, wenn ich hier so ein Sprachdelay habe. Delay. Wollte ich schon wieder sagen. Ja. 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 Ja, guck mal. Ich hab mich knapp hinter dir. Ich hab mich knapp hinter dir. Ja, komm runter. 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 Ich fahr gleich auf die Coupés, wenn ich kann. Ja, nein. Jetzt hast du gerade alles für mich. Ich fange wieder auf. Passt. Du bist ein Toxic. Der eine Coupé ist down, da ich... ...angriff wohnt. Ich habe leider jetzt ge-penetratet. Okay. Ja, sorry. Okay, der hat noch eine Knie gekonvogiert, nur nein. Entschuldigung, hinter 501 ist auch ein bisschen schwerer zum Reaktieren. Ich habe mich selber gesprengt. Ja, kann passieren. Oh, weia. Oh, weia. Wie gesagt, ich glaube im Bosskampf ist 401 fast angenehmer zu zweit. Oder glaubst du, das ist ein Gacki? Weil ich kann dich immer mit der Pistole gegenheilen. Ach, ja. Aber die ist doch nicht so sympathisch, oder? Nee. Okay. Weil mir die Granaten schon sehr oft das Leben gerettet haben. Der hat dir selber vielleicht, aber wenn du mich am Leben haltest, kann ich dich auch am Leben halten, oder? Fettsack, vorne. Reloading. Flip in. Sweet shot. A solid stout, but many Zs remain. ... ... Reloading. 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 Oh, verhielten, voll gebrochen. Oh, richtig gefärkelt. Geh mal ein Stück. Vor allem, wie er noch so lange stehen bleibt, dass er mir extra noch beim Fallen eingibt. Hey, hey, hey. Geh mal ein bisschen. Neue Clippe in. Ruhe. Hände. Muni rechts. Oh, sorry. Come see me. The pod's safely open. Nicely done. Suboptimal. No one has died, but don't be sloppy. Always need more. Take it. Know what I mean? Last chance. I have to power down the pod. Ready to fight again. Time's up. Go kill some Zeds. Pick your targets. Watch one another's backs. Eww. Yes! Watch my back. Reloading. Be right. Bye bye. Not. Was für Loft Demons? Es gibt keine Worte! Wir verlieren hier! Wir verlieren hier! Das ist ein neues Klip in! Das ist... Beware, die hidden demons! Wir haben den Skrig! Befüß! Wir haben einen Kohlfein. Perfektion! Pass geschoben Pass geschoben Instant miss There Income I can do this all day Pathetic Watch your ears siren Reloading Save your energy Glad to see you made it through Make for the pod and gear up Have you checked your ammo? Oh Hmm If I don't get some cash together I'll be stuck here forever Hmm Amateurs Oh this Time's almost up Wait What? Protect the area Watch my back Reloaded Break open Right Right Ha You're not sorry Jump Hey Siren I can do this all day Stay sharp I'm reloading Something here Might be close Famous Hey It's a Flashpound That's a Flashpound Falsh 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 Stay out of my world! Waste time! I have anything else to say! You are more use alive! Ready yourselves! You shoot well! You're done! You're done! Screwed! Ah! Stay sharp! I'm reloading! Boom! Come see me! The pod is safely open! Nicely done! Running low on ammo! I'm impressed by your survival instinct out there! Sing it! Greenback! I suggest you purchase armor! Wait a minute! Ammo check people! I have ammunition! I will use it! You can get the boots on the ground! If you don't like it! Wir werden alle leben, aber die Behandlung ist nicht geschlossen. Ich habe keine Schatten. Schattel, bleiben Sie auf der Behandlung. The area is secure. We got ammo? Ammo is good to go. Watch my back. Reload. Sprig! Slashpwned, it's Vice-Praigs. Slashpwned, it's Vice-Praigs. That team is already dead. Will it... Slashpwned. Nice, guys. Slashpwned. Fuck! I'll get down and do a round. Wait. You have to. Stay open if you can. Nice. Nice. Slashpwned. Yeah, it fits. You got to go out, huh? I can't go out for this, right? O2 Rage Ich mache kurz Becker, bitte you 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 lips Slider-Trader Ja, aber Post Reef, oder? Ja Ja, lass die Sirene am Leben, komm mal Ah, knall sie weg Ah Ah Don't relax in here Too many places for Zed style We have a big battle coming up This equipment is an investment You You're a real survivor Good for you Oh I'm Okanemochi I'm not even You're a real survivor I'm not a human I'm not a human I'm not a human You're a real survivor Ich werde noch mal Pipi machen. Ich bin zurück und ich habe noch neue Tricks. Wir können den Schwerkeiten auf der Front lächeln. Ja. Er kommt zu mir! Er kommt zu mir! Mhm. Wir können nichts, Cloud. Wir können nichts. Komm schon, komm schon! Die Zeitlupe. Freeloading! Ah, der rennt auch zu schnell und zu weit! Ich bin weg! Ich bin weg! Und ich bin weg! Ich bin weg! doch? Ja. Das gibt's doch nicht. Ah, sorry. Ja, schön. So ist das. Das ist ja schön, dass du ihn nachher erwischt hast. Ja, Bock. So, wie ist es jetzt richtig? Eens bekommen. Was? Daily Change oder was? Ich habe noch drei, vier Tiefhunds. Ich habe noch einen Z-Landing Daily. Ja, den kann man nachher auch noch machen. Ich habe noch Airship, Powercore, Lockdown und Santos Workshop. Also Lockdown und, ähm, Airship würde noch gehen. Ja, dann schmeißen wir Lockdown mal rein. Der Rest ist zum Brechen. Brechen. Aber zurzeit schafft man den sicher auch, weiß Powercore. Ja, es hier unten probieren. Komm gleich wieder. Ja. 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 Vielen Dank. Two minutes break, guys. Okay. Okay. Bin wieder da. Das war schön. Warte, noch nicht Ready drücken. Ne, ne, ich hab noch nicht. Ich warte noch. Musst du eine Zigarette machen? Und du streamst auf Twitch, oder? Ne, ich mach das über meinen Kanal. Ach so, YouTube halt. Ja. Da krieg wenigstens, da krieg wenigstens noch mal noch ein paar Cent. Du machst nicht wegen einem Geld, muss ich dir ehrlich sagen. Ne, aber trotzdem, dann hab ich da gleich die Plattform, wo es auch generell drauf bleibt. Weißt du, so als. Ne, ich mach beides. Ich mach, auf Twitch habe ich halt einfach meine gelegentlichen Streams und auf YouTube lade ich Raw Gameplay hoch meistens. Irgendwelche kurzen, uninteressanten, lustigen Sachen, die sich Leute gerne anschauen. Aber so viele schauen sie sich dann doch nicht an. Ja, naja, manchmal ist das so. Und meist gibt das Video halt, glaub ich, was? 100 Views? Oder so'n Scheiß? Ja. Ähm. 73, 27. Nur schade, dass Streamlabs nicht sich so direkt mit YouTube verbinden kann, sodass ich dieses Chatfenster sehe, weißt du? Das ist ein bisschen schade, schade. Du hast doch nur einen Screen, oder? Ja. Ja. Na, perfekt. Welche Seite willst du? Da drüben? Okay, du rüber, bitte. Ich hab leicht einen Einbruch, aber alles. Ich hab schon einen Einbruch. Einen Fizzack macht dir alles kaputt. Scheiße, wo mir gelasset ist. Hinter dir kommt jede Menge Speed rein. Nein, kein Klaut. Hast du's? Warte... Einen noch? Der Fizzack muss weg. Ja, wo ist jeder da? Ja, wo ist jeder da? Ich will... Ich treffe gerade gar nichts, oder? Oah, ich treffe aber auch gerade gar nichts, oder? Ich habe ihn mit ihm Ich habe ihn mit ihm Ich bin mit ihm Ich bin hier Ich bin hier Flips in Es fühlt sich gut Ja. Ja. Schmerz. Schmerz. Schmerz zu sehen, dass du es geschafft hast. Mach für das Pod und gehör. Vielen Dank. Hurry up. Zed are getting closer. So much blood. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Let's go. nur da einen ruck ja komm Cloud, ich bin zur Schlechtkeit ich bin zur Schlechtkeit ich bin zur Schlechtkeit Oof Es ist gut Ich schütze Ich werde nicht auf dich, Dämon Ja Wie ich den nicht Wie der nicht down geht Och das ist so ein Hurenkack Direkt zwei Hits in den Kopf und der macht seinen Shitmove Mann 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 Ja 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 Fettzer gehen nach Tür Ich habe nur geschaut, dass die Schwenkeleine abziehen Gott, aber wie ich gerade potatet habe Ich habe gerade so potatet, glaube ich, gestorben bin Ich habe gecrawled, glaube ich, dreimal verfliegt Das kenne ich Ich habe nervig, ist es trotzdem was Ja Naja, und dann gerade noch mit dieser Stoppwaffe, da kannst du ja eh nicht viel mitmachen Schießen, nachladen, schießen, nachladen Ja, Pump-Action-Tube-Fat halt Beides Dinge, die nicht unbedingt zielfreich sind auf kurze Distanz Von einer Schropflinte, aber einer sehr infektiven Schropflinte Ich meine, auf manchen Maps ist es super DSG 500 Aber auf der Map zum Beispiel merkst du, dass einfach das Design von der Waffe Ich habe hier einfach Ich habe hier einfach Ich habe hier alles gut Ich habe hier 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 Gotcha. Watch for cloaked demons. Dead demon. New clip in. Beware, hidden demons. Shooting is almost too easy. Good boy. Let's get you restocked. No one died that time. Wonderful. Is this some kind of freaky horror movie scent? All right. This is some kind of reference. Why is that? Tastes like a bullet. He's hidden, and he's hidden. It's the guy who's hidden in his face. It's the guy who's hidden in his face. So much fun. Perfecution. I don't know if he comes to Crawlhunter. I'm back. I'm back. Yeah, come back. They're there. That's Craig. Streck! 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 Bin weiter leer! Streck! 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 Was? Oh, trade on! Ach, der ist hier unten! Careful! Reloading! You earned the money. Now spend it. I like it when everyone makes it out alive. Fix that armor, it looks terrible. So, möchtest du... The warrior will always seek battle. Party time! Ich hole mal ne Weste auch, für die Sicherheit. Ja, du musst ein bisschen anders spielen, wenn du selber ne Lane hältst. Was meinst du? Na ja, es ist anders, du musst ja gucken, dass du wirklich die Position halten kannst. Das finde ich wohl, wenn der anders in der Nähe steht. Guck mal eben, haben wir so gut das Handy kriegt auf Kingdom. Ja, haben wir beide aber in eine Richtung geballert. Oh. Vor allem auf dem Spot ist, dass die M4 Zeug nice ist. Aber wenn die mal leer ist, ist sie mal leer. Ja. Deswegen brauche ich dann die HZ unbedingt. Und ich habe aber in der zweiten Welle kein Dosh dafür, dass ich mir eine HZ holen kann. Und da habe ich lieber die M4. Und wenn da ein Scray kommt oder ein Border, kann ich damit die M4 easy wegmachen mit der HZ halt nicht. Dafür ist die HZ halt besser und Trash zum Aufhalten. Ich habe hier einen Stalker spawnen gebraucht. Ich habe es gleich wieder. Alles mal rein. Alles mal rein. Alles mal rein. Ja, ich komme rüber. Komm hier sind Quarters. Ah! Das geht, ich fand ich. Äh, ok. Ich wüsste jetzt nicht, wer ich mich gebraucht, guck mal. Ja, nice! Ja! Ja, das war... Mach mal! Effektiv! Linkt das auch an's Crick? Ja Pack, der ist gerecht worden jetzt Okay, lauf man Oh, ha Oh, das soll immer dann Fettsack stehen, wenn ich traurig Ich bin weiter Ich bin weiter Einmal noch Oh, pass. Ein Ruf! Zu lange gewartet! Oh Gott! Klaut, komm her und hol dir die Wester! Warte, ich bin nur noch einig. Ich hab's schon erledigt. Schön gemacht, Klaut. Gut reagiert. Dann will man die Quartanflate passen und die Ganaden wegmachen. Alles war cool. So blab 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 blab! Es geht blablababababab! Du hast gleich noch hinter 2 oder 3 Kurder standen! Der Huft! Der war ein wahnsinniges Theuch auch noch! Bin voll! Neid some cash? I am rich man! Auf diesmal hab ich auch anders eingekauft. Dafür hatte ich aber in der dritten Runde keine Medic Pistole und andere ich habe gleich ich habe nur hz den m4 geholt und hab den m4 gleich geupgradet und der hz gar nicht geupgradet damit ich besser dastehe in der letzten runde es ist so economy-mäßig ist es immer so eine sache ich habe einen hell runterklaut oder nichts kannst ja machen ich schieße schon mal derweil auf die füße ja komm ich fahrt hier unten schon links eh da hin oder ja ich gehe hier rechts hoch ich bin da noch mal runter und zieh noch mal zurück dann kannst du vorbeilaufen oder kommt er zu dir ok ok dann müssen wir andersrum passt schon dann müssen wir wieder rausgehen jetzt hoch treppe hoch oh das wird knapp oh 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 danke kanade geht raus jetzt ein aquarium durch wenn du HP brauch musst du sagen ok ich sehe dass du HP brauchst ich kriegst meine spritze auch noch ich war da ist ok es ist nur ein panikfach zum beugen ich muss kurz die m4 durchladen komplett hab ich hab ich hast du vom Kopf abgetrennt gut schön die fressige baller mit der m4 na schön gemacht cloud fein ah nein nein was wollen die denn schon wieder alle von mir hier heute früh was ist doch blöw moment chillos oder was ja lord das ist der cellos ja was ist denn ja was ich hab heute zwei hohe maps schon gesolot und innen ich brauchte von achievements und jetzt habe ich zwei andere mit dem cloud track gemacht im duo es richtig schön vier maps habe ich jetzt noch oder nein ich glaube es sind nur noch drei maps im moment ja drei maps sind es noch power core airship und santos workshop ok ich glaube der ding ist es raus der cloud ok ich komm gleich wieder was ich komm gleich wieder ok da 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 um viewers dear streamers dear stream i mean sorry um three minute break please cloud is afk i want to smoke a quick cigarette just a short break okay und die die mehr die 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 Zockt Vincent du auch mit, oder macht er was anderes? Vincent, ja? Hat nicht recht zu zocken, immer noch. Achso, stimmt. Nevermind. Oh, ich hab's voll vergessen. Alles gut. Kann keiner was dran ändern. Wie lange dauert denn das? Was ist das für Halt? Es ist halt ein... Ich weiß nicht, es ist mal eine ganze Handfläche passt. Äh. Brandwunden brauchen dich gleich zum Verhöhnen. Ah, nun kann ich wirklich von Erfahrung berichten. Ich weiß nur, wenn man sich den Finger verbrennt, dauert das eine Woche. Bis es wieder... märzfrei ist. Einfach auf eine glühende Pfanne. Ich muss halt so denken, das Ding ist mir halt in der Hand explodiert. Das ist nicht nur, dass ich halt irgendwie... nur eine Bandwunde habe oder so, sondern auch, dass einfach das... ähm... Metall von der Lampe sich in mein Fleisch rein gebohrt habe. Äh... Aber du kannst dir vorstellen, dass ich auf jeden Fall nicht mehr... erkannt werden kann bei Fingerprintzern. Ja. 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 firma da sollte die ganze zeit laufen aber du solltest eine konstante raumtemperatur haben es ist halt wieso soll ich jemanden leistung schenken wenn ich damit möglicherweise meine lebenszeit von meinem server einschränke malzeit das läuft ja aber nicht aber mögen es eher los anstatt in ruhe immer wieder an und ausgeschaltet machen oder was ja würde ich gerne tun dann tut das oder wir machen power core wenn ich feierberg spiele nicht das erste runde heute ich doch den cello ist nicht so Oh, cool, fast, try it, let's go. Head landing. Nein. Stop. Ah. Alles nach links. Echt, dick. Ja. Ja. Oh, come. Oh, come on. Oh, come on. That's why they're not able to save us. Even. Oh, come on. Oh, come on. Stay dead, demon. Really, demons? I'll kill you, sir. diese speichern jedes mal stelle ich kann wieder aufs alter um ich habe gar keine probleme mit dem ich alles höre ihr macht erstmals große denn mache ich jetzt noch eine runde flammenwerfer ja ja ich hole dir im vier wie immer ganz standardisiert dann kann ich mir ja gleich die chris holen und ich habe ein maus profil nicht aktiviert das maus profil dafür wenn die vor und zurück tasten werden meine spiel nicht unterstützt bei mir das heißt ich muss das jetzt auf 1 oder 2 cloud wenn du den controller ansteckst so ein spiel dreht einfach ein dann stecke ich ihn wieder raus was nein das bleibt einfach stehen das spiel du musst dann neu starten ja und du klickst das dann voll wir haben halt normal gespielt weil der cellos auf ein paar maips noch und sie normal achieve uns gebraucht hat und es war herrlich hat richtig viel spaß gemacht und damit es ein bisschen schwieriger wird warten wir mit dem controller spielen chill jetzt mal kurz ich brauche Heilung hinter dir ich hab gerade eine triple stalker scheiße in die fresse bekommen und jetzt sind die stalker alle tot die zündlich HACK HALTER LEG MECHER MAL HÄH HÄH una ächer HÄXE Screak Raged Screak Raged Screak Raged Hab ich vielleicht erwähnen sollen Screak Raged Screak Raged rät nicht mehr hoff erzählt Stay dead, demon. Better. The demon burns bright. I'll kill you twice. Burn, Tony. I'll kill you twice. I'll kill you twice. I'll kill you twice. I'll kill you twice. I died in my spot. I'll kill you. Down. I'll kill you probably. Kill you? Yeah, I have, I have, I have. I can't check. I'll kill you. I'll kill you. Alex, you're already on level 25. I'll kill you twice. Stay dead, demon. Oh Gott, klar. Ich bin fast tot. Ja, Reb. The demon burns bright. Bitte der Stalker. Einem ist das Ich weiss, auch spritze ich. Ich komme vielleicht mit... Einen kleinen Tbud. Nein. Ich fahre auf CD. Was soll ich machen, du Künstler? Na klar, da hast du, wer mich flägen will. Natürlich. Ich fahre auf CD. Das ist gut Ich hätte die ersten Pudon Doch Er klaut da, er klaut sich lassen ihn voll sterben, weißt du Äh Scheiß Eater Bestens wäre es, wenn ich noch fliegen könnte Aus dem Top-Spiel eingebracht werden würde Ja, würde mich richtig drüber freuen Ja Warte, dass mich fliege Anlagen Cloud ist wahrscheinlich dann Flammer verfahren lassen, ne? Wahrscheinlich, weiß ich nicht Ich hör mal nach Du kannst es gerne... Du kannst dir noch... Pfff Warte mal, Cloud War nicht ganz beabsichtigt Über das Verlaufen hast du Pff 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 Was denn? Ich hab mich wieder gelegt Ich hasse mich selber Du hast nichts Passt nicht alle anderen schon genug Pff 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 Ja, mir gehts halt nicht so gut Ja, ich glaub dir gehts nie gut Muss ich ehrlich sagen Doch manchmal gehts mir gut Wann du bitte? Manchmal gehts mir sogar gut Pff Ich hab nichts mit dem Spielverhalten zu tun Muss ich hin? Ich war ein Stück zu max Oh, Flashpond Pff 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 Jetzt hängst du ihn aber ab KELUS Er bringt mich einfach um Er bringt mich einfach um Weißt Pff 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 Ich hab nicht gemerkt, dass er raged Ja, eh Du hast ihn leider angespreht Und zum Ragen brach Das war das primäre Problem Nein, ich hab ihn nicht angespreht Natürlich Ich hab ihn geblockt Wo jeder denn zu Anfang war zum Ragen Da haben sie gedacht so Oh, heute hab ich keine Lust Nachdem ich einen Hit auf einen Spieler gemacht hab Getreat Und bleiben Ich raged ja auch mal weiter Kann ich mir nicht vorstellen Und weil ich weiß Ich hab den Hit getankt Und hab trotzdem 76 Schaden bekommen Und dann schau ich dir zu Du mit Rüstung dastehst Und so Hm, der Flashpond Reached Da hab ich aber angst So Ach Das war ja grad Richtig entspannt eigentlich Lass mich Ski Ich bin ein Schemal Ich bin ein Mann, diese verbiesten Crawler wegbleieben Eh Ski Wir waren nicht hoch auf HP Mann, Mann Mann Komm, Tilà Das ist ein Schreck Der van der anderen Infang an zum Ragen Ah, das ist ein Schreck ich habe aber jedes schuss getroffen warum habe ich mir dabei habe ich auch nicht gemacht ich hab aber gerade gesagt ich habe jeden hitler getroffen und cloud kriegt von mir heilung der verrat war eigentlich groß eigentlich nur dazu kommen und dann müssen wir uns vielleicht von anweschen und sterben Was war das? Nein! Basically, das ist einfach nur... Du bist einfach weggekommen und mich zum Töten. So, keine Ahnung. Das ist einer von den Swords. Wenn es nicht da ist, bist du mal lieber, weißt? Ich hätte eigentlich nur den Flashbang werfen müssen, weil der Flashbang einfach tot ist. So... Reloading! Bitt! Siren! Ich bin Mord! Ich werde dich zweit! Möge, schreie! Kiss die Flamen! Ich glaube, noch die Kleinigkeiten... Ich habe dich gefehlten. Man muss es gut sein. Du hast nicht gefehlten! Ich verh Neighb. Ich bin der Engel... Ja! Ich bin der Engel ist. Du musst dich auf dem Schaisten. Ich versuchte dir einen Schaaf. Kuss dich fest. Woh proposieren! Ich versuchte dir! Es ist ungefähr tot. Bleib tot, Dämon! Geht die Todesfahrung, um mich zu empfangen? ich habe mir die quest angeschaut und so und wie die aufgebaut sind ob das spaß machen würde oder ob das einfach nur sehr langweilig wird ich werde es mich auch nicht kaufen ich habe echt lange überlegt klar ich hole noch nicht das ist richtig anzüglich was willst du denn ich werde was sie ja das doch letztes kredit über gtfo und das ist besser genau das gleiche nur mit zombies aber es ist mega schlecht es ist genauso aufgebaut wie gtfo es ist quasi ein recht verdient nachfolge ja aber es fällt flach das ist gestern rauskommen glaube ich das ist mega ranzig schaut richtig komisch als eines der wenigen spieler die ich das ja noch gewartet habe weißt ich will ihn blocken ich will ihn blocken ich weiß nicht ob ich glaube ich weiß nichts nein ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht dass es wovon kommt das ich weiße ich weiß nicht du Was ist denn heute für ein Tag, dass wir uns heute nicht reingehen? Heute ist ein richtig Rennstag. Ich... Ich block ihn, wenn er raged. Wenn er raged jetzt. Block ihn und dann flashe ihn gleich. Nein, er... Ich bin wieder durch. Weiter. Ja, GG. Ich bin schon wieder RIP. Wir können so nicht spielen, bitte. Das ist ein Wahnsinn. Vier Vayne und ich bin in drei Vayne davon tot. Das ist so ein Bullshit. Ich hab noch einen Namen. Das hat keinen Spaß. Ja, da kannst du gar nichts machen. Du kannst noch einen anderen Chip uns auch alleine machen. So wie den normalen Menschen. Ja. Ich hab noch mal Live-Glauben. Das ist grad einfach nur irgendwas. Das ist grad einfach nur irgendwas. Das ist grad einfach nur irgendwas. War grad soo angenehm zum Zocken. War grad soo angenehm zum Zocken. Na ja, wenn man bedenkt, dass ich jetzt alle drei Runden jedes Mal tot war und trotzdem fast zopper den Kills von dir habe, ist das schon bedenklich. Wenn du fahst! Ich bin einfach nur mit zwei Runden in deinem Mann. Ich dachte, was du verdammt! Es ist doch ein Phase-Rak wie sonst die Verlust! Nein, das braucht der Pfeil. Also es ist lustig, wie ein Spieler so einen Unterschied machen kann. Das ist einfach urläufig. Gaut gemeinsam was ungeschmeidig. Das ging ja. Ich bin froh, wenn du dann endlich mal den SWAT fertig hast. Wobei kann ich das schon nicht mehr sehen. Das scheiß SWAT-Icon. 10.000. Wie viel? 10.000. Ich bin nur noch ein Dreiviertel. Insgesamt brauche ich mal 50.000. Irgendwas? 10.000 oder 11.000 oder sowas. Du spielst danach? Wahrscheinlich sofort. Okay. So lange du nicht sagst Scharfschutz ist alles gut. Du fahrt, macht dir wohl Spaß. Ich bin halt scheißer Fahre, meine Sensitivität hier einzustellen. Gut, dass es passt. Ja, keine Lust drauf, umso hoch. Das wäre halt mal ein Anfang, weißt? Ein bisschen. Vielleicht schießen du ja nicht, aber. Wenn ich es an die Z-O-T nicht passt. Vielleicht schießen das D-Guten und es mit dem Z-O-T ist ein bisschen schwierig. Hä? Schießen und das D-Guten und es mit dem Z-O-T ist ein bisschen schwierig. Da. Ich glaube, ich habe gerade einen Flash-Punk gehabt. Ja, da kommt ein Rage und dann ein Supporter, was da reinkommt. Halos Main des Studios ... … .. … … … … … – … wenn du kannst auch die spaß klaut wenn du alleine spielst mit der höchsten fliegkeits gerade also wenn ich jetzt meine schroffinther nicht find dann bin ich hier am arsch da ist meine weg da ich habe deine weg da liegen vor mir ich brauche noch ich brauche noch immer haben ich hole mir die smg die hm tag darf es noch auf 1500? ja nimm du noch jellus schräg passt na vielleicht wieder der boss für nächstes was ja schau ich sehe mich schon sterben nein ich habe eine smg ja klar, ich habe einen schack ja klar, ich kann ja nicht wissen, du kennst das nicht mtg wo denn? blöken 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 da sind wir und die blöken sind wieder am riffs blöken blöken Nein! Ich war gerade gelockt Ich bin runtergefallen Ich werde mir vorbei reißen Jetzt wollen wir kurz nicht Unrage Cloud, lauf einfach! Nicht Unrage'n Jellos Leider Andere Jellos Einmal in Cloud Ich komme wieder zurück zu euch Ich block ihn Ok, oder er ist blank Heilung! Nicht Unrage'n! Zuerst heilen Kurz Ich habe offiziell einen unendlichen Hass Weil ich schon wieder tot bin Ich tauch schon aus, als wäre ich der absolute Folterer Hä? Es schaut aus, als wäre ich der absolute Volltrottel Weil ich in vier Runden oder fünf Runden viel mehr gekauft habe Ja genau Ja 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 Ich bin gut, wenn ich in Block Da kann ich doch mal Leid Ich hab doch gedacht, er hat mir den ganzen zureisen Ja, das ist Feuer Das ist um Anders die ganze Geschichte Die Chillers will nicht sterben. Man muss halt ein bisschen früher auf ihn zu schießen. So kann man den nicht blocken. Wenn man nicht blocken kann, dann bringt der eine nach dem anderen um. Ach, schon wieder die Ecke. Boah. Das ist ein bisschen Ripp. Tschüss. Es ist gut. Guck guck. Das ist natürlich dumm und deppel. Das ist natürlich auch eine Option. Wie dumm ist das auch schade. Schaut richtig dumm aus. Schaut aus wie eine Battlefield 3 Karte. Ist nicht klar. Naja nur, dann wollen wir es schaffen, was Sion und ich. Ja, hier. Trotzdem ist Banade. Ja, 67 Damage mit einem Hit. Toll ist es. Ja, so ist das. Klingt vielleicht spannend. War halt ein sehr arges Trauerspiel. Das war echt ziemlich frustrierend gerade. Von absolutem Ruhepuls. Ohne Scheiß. Tiefe, entspannt. Wie auf Opium. Bin ich da komplett entschleunigt. Als Support unterwegs gewesen. Und ohne Scheiß. Hätte ich ein schwächeres Herz, weil ich noch ein Herzgefahr gestorben habe. Ich bin gerade so oft umgebracht worden. Äh. Aber es macht nichts. Ne, wir sehen uns nachher. Ich muss erstmal los. Bis später. Ja, ohne mich bis dahin nicht aufgehängt habe. Passt. Passt schon. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.